Scheiße, ich hab nicht aufgenommen. Schade. Okay, er ist gerade rausgegangen. Erinnerst du dich? So. Ich hab die Waffe noch nicht so oft genutzt bei IQ. Wo bist du? Ich bin in einer ganz anderen Ecke der Kante. Jetzt bin ich bei dir. Ja. Achso. Ja. Klar, ist ein Loch gekommen. Ich kann hier alles aufmachen. Da ist nichts zugemacht. Ich hab hier eben einen gesehen. Und hier da einer ist. Was? Mach mal auf. Das ist ein Massaker. Keine Ahnung. Du krieg keine Kills ab. Ich stand hier wirklich in der zweiten Reihe. Oh Gott. Ich mach das ja wieder. Leasen und dann zwei Stock Ecke höher. So. Ich suche jetzt. Ich habe das Traktor. Hier. Ich bin die Neu. Ich bin die Neu. Ich bin die Neu. Ich bin die Neu-Karte. Ich bin die Neu-Karte. Na? Oh, sie kommt tatsächlich. Alter, wieso ist denn der schon drin und wieso hört man das nicht? Ich versteh's nicht. Ich hasse diese Audio-Bankscheiße. Okay. Das war's. Der letzte hat mich erwischt, so ne Kacke! Hat sich selbst geplättet? Troppe! Zu scheiß! Ich finde, ich habe ein richtig gutes Spiel gemacht. 0-2. Optimal, ey. Das ist schon sehr ungewöhnlich für dich. Tja.